Moin Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Heute machen wir einen Stadion-Vlog, VfB Lübeck gegen DSV Reden. Das ist das Stadion. Da hinten werden wir sitzen, auf der Hauchtribüne. Jetzt gehen wir in den Fernschub. Und wir betreten die Vlog. Hallo, wir haben Reihe 17. Das ist der erste Blick ins Stadion. Sieht da jetzt ganz gut aus. Das ist die Startaufstellung von Lübeck. Und das ist die Startaufstellung von VfB. Da sind die Ultras. Und das ist die Bestandion. Die 90 schon krank sein creme. Top! Probier mal! Top! Qualität. 1 von 10 9 Koppel 10 10 10 14 15 15 15 16 16 20 17 18 Und Anstoß. Es beginnt. Mal gucken, ob der kleine Bo immer wieder trifft. Eine Chance zu reden. Eine Chance für die Gegner. Guck mal, da hinten steht einer. Das sieht man aber nicht. Die chancelle. Das ist der erste Schampp. Die Chance ist der erste Schampp. Die Chance ist der erste Schampp. Man macht es. Das war's, das war's, das war's. Das war andeutig ein Foul, Shiri sagt nein. Das war ein Foul. Es ist sehr laut. Ultrasch. Schön. Es ist sehr bald. Es ist sehr glücklich. Er war ein Teig. Hier ist ein Teig. Musik Es ist ein Teig. Das ist ein Teig. Es ist gar nicht, was achtet da. Es ist gar nicht, was achtet da. Falls es ein Kopfballton wird, dann denke ich. Das ist der Fundator. L1-Ziex. 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 Spannende Musik Es tut mir leid, ich konnte bei dieser Szene nicht filmen, weil ich wusste nicht, dass ein Tor gefallen ist und ich habe das halt nicht mitgefilmt. Junge, er fliegt einfach tot, es tut, wer ist das, so nach hinten, oder, nee, doch. Oh, schade, schade. Oh, schade! Oh, schade, schade! Schade voll, verkacken. Warte, die Nummer 28. Ui! 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 Nein! Schieß! Oh! Hoho! 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 Meine Damen und Herren, es steht 3-0. Es steht 3-0. Es steht 3-0. Wie geht's? Also VfB Lübenk spielt das sehr, sehr sicher. Wie halten Sie bisher von Redensmannschaft? Also VfB ist gerade sehr, sehr schlecht. Die faulen sehr viel weg. Wie bitte? Bisschen zurück. Wie das? Hör richtig! Komm! Steh auf! Runter! Ja! Ja! Oh! 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 Aktuell steht es für Nübeck. Viel los! Was hab ich gemacht? Gott! Under Oh! 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 Vielen Dank. So Leute, das war's jetzt mit dem Stadion-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Tschüss. Top.